Das Champions League Viertelfinale Bayern München gegen Arsenal London. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. Das wird ein heißes Spiel. Bayern for life. Wir sind live dabei, nehmt euch mit. Let's go, lasst uns reingehen. Ich freue mich schon kontrolliert zu werden. Ich werde immer kontrolliert. Junge, der ist bei mir unten lang gefahren. Also, wo müssen wir lang jetzt? Wir müssen zwischen den und den. Also, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Let's go. Boah, also nachts sieht die Allianz Arena noch mal beeindruckender aus, muss ich sagen. Die Fanschreie hört man schon. Aber ey, weißt du, was geil wird? Wenn Bayern weiterkommt und danach als nächstes gegen City oder Real Sport. Boah, ich glaube, da sollten wir auch hingehen, oder? Ali, check mal Karten ab. Fifty-fifty. Was, Fifty-fifty? Welcher ist eigentlich dein Lieblingsspieler bei Bayern? Bei Bayern ist mein Lieblingsspieler. Boah, ich habe keinen Lieblingsspieler, aber ich finde den... Ich mag Sané irgendwie. Er frickt nicht immer die Leistung, die er eigentlich drauf hat, aber ich mag ihn irgendwie so als Spieler vom Spieltyp her. Und ich denke, wenn er 100% gibt immer, dann wäre er ein richtig, richtig krasser Spieler, was er eigentlich auch ist. Sané ist wie so ein Sportpferd. Ich weiß, was du meinst. Aber natürlich, ja, Lieblingsspieler gibt es nicht bei mir, keine Ahnung. Alter, bis wir hier einen Platz gefunden haben, war extrem. Das Stadion ist so voll. Heute sind wir wirklich der zwölfte Mann. Der FC Bayern muss in dieses Handfinale der Champions League. Wir machen das möglich. Ich grüße euch heute in dem Stadion, die felsen FC Bayern mit Schäden! Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. Oh, gelbste Aus, Alter! Im Tor mit der Nr. 1, unser Kapitän, Bayern! 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 Mit der Nr. 4, Wartal! Sieg! Und die 42, Schabal! Jörg! Ein Gänse-Spieler für das Tor, das ist so wahnsinnig! Bro, Gänsehaut! Gänsehaut, Gänsehaut! Wenn es nach der Stimmung geht, wird es heute ein 4-0 für Bayern. Gänsehaut, Bayern! Wie wird das Spiel heute ausgehen, Aina? Ich brauche gar nicht viel überlegen. 4-1 für Bayern. Ali, was ist dein Tipp für heute? 3-1. Und ich sage, es wird ein 1-1 und es wird in die Verlängerung gehen. 2-1. Ah, Rauchvergiftung! Rauchvergiftung! Oh, ey! Oh, mein Gott! Die Champions League Hymne, Leute! Ja, die Champions League! Taxi! Die Generation! Die Drage! Die Bundestags. Ja! Jaaaa! Und noch mehr Regalos, wie bringt ihr diese Sachen hier reingeworfen? Alter, wie viel raus? Ich fühle mich wie ein Shisha-Bar. Es geht los, Freunde! Ja, ja, ja! Oh, ganz knappe Shots und Kate! Okay, die Bayern fangen schon mal gut an, ja? Oh! Auf jeden Fall, Alter kommt besser ins Spiel. Die Bayern bewegen sich zu wenig, finde ich. Blutdruck fürs Gerät! Hey! Wir sind Neuer! Wir sind Neuer! Wir sind Neuer! Wir sind Neuer! Schießt, Kimmich! Schießt! Jetzt! Musik! Ah, Mann! Okay, langsam, langsam, gut! Okay, langsam, langsam, gut! Oh! Der Arsenal-Spiel hat den Ball richtig in die Gosche bekommen. Weiter! Ja, ja, das ist der Mann! Hey! 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 Also die Schiedsrichter dieses Jahr, habe ich das Gefühl, ja? Ja, wie ich gucke. Keine Bewegung, keine Bewegung, Alter. Was steht? Keiner bewegt sich heute. Asendal macht von dem Foto Tic-Tacke, gell? Zack, 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 zack. Eine Minute Nachspielzeit, die erste Halbzeit ist zu Ende gleich mit 0 zu 0. Auf geht's, ihr Auto! Rauf doch einmal! Ich verstehe es nicht, warum die... Keiner bewegt sich richtig, Alter. So langsam, wie Training. Was ist das? Die zweite Halbzeit hat begonnen. Ey, das ist Chaos, hier kannst du nicht nach vorne gucken. Das ist 20 Minuten für ein Getränk. 0-0, komm, lass uns doch mal ein paar Tore schenken. Auf geht's! Eine Minute, 37 Sekunden später. Eskalation! 1-0 für die Feuerbücher! Welt, Deutschland, 3-1! É Squals! Für den FC Bayern München! Für den FC Bayern München! Du Grundstier Nummer 2, Joshua! Die Union zur Sicherheitssehensン ! Neuer Spielstart. FC Bayern München! 3 FC Arsenal 2 3 3 Jawoll! Ey! Es geht auch rein. Echt? Die Bierbächer sind hier gerade rumgeflogen, Alter. 1 zu 0 für Bayern München. Jetzt hoffen wir mal, dass es noch bleibt. Aber noch 2 Tore. Oh, gleich. Nächste, die Chance. Gleich geht's weiter. Oh! 1 Tore auf die Bayern! Die Stimmung geht jetzt ab hier, Alter. Auf jeden Fall ist es ein Schluch. Vendite ist ein Schluch, ja. Schiri, du Pfeife! Arsenal wechselt aus, Jorginho raus. Gabriel Jesus reist und ihr riecht's nach Marihuana. Der Kessel brennt, hier brennt es, Leute, hier brennt es. Ja, auf jeden Fall, ging er, naja, macht krasses Spiel heute. Scheint, als würde Min Jae Kim eingewechselt werden. Ich bin da unten. Reis, gib mal ein bisschen Reis. Letzten vier Minuten zum Halbfinale. Letzten vier Minuten. Wir sind nächstes Mal in der Halbfinale dabei. Wie viel steht es eigentlich beim anderen Spiel? 1-1. Real gegen Manchester City steht 1-1 noch. Also der Gegner steht noch nicht fest. Oje, jetzt kommt du Pometano, ey. Gefährlich. Ich warte, der macht gleich rote Karte. Und der macht so viele Fehler. Noch zwei, drei Minuten und der kommt rein jetzt. Ja, ich bin voll mit Senf. Komm jetzt! Lauf! 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 Machen wir mal langsam. Raasner ist gerade am drücken. Torrento! Rommel, letzten Sekunden! Letzte Aktion Arsenal! Der Torwart ist vorne. Torrento! 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 Spiel ist vorbei! Jawohl! Halbfinale, Ari! Jawohl! FC Bayern, Bonnischer Meister! Also Leute, wir verabschieden uns von der Allianz Arena. Es war ein gelungenes Spiel, ein spektakuläres Spiel und eine krasse Atmosphäre. Ich sag mal so, ich war das erste Mal hier. Ich bin sehr beeindruckt und ich freue mich schon auf das Halbfinale. Ich hoffe, wir sind dann wieder hier. Das hoffe ich auch. Und wenn ihr auch wollt, dass wir hier sind gegen Manchester City oder gegen Real Madrid, dann lasst jetzt ein Like da und schreibt es in die Kommentare, damit wir Bescheid wissen, Leute. Bis dann. Adios, amigos. Mia san mia. Boah, was denkst du, wie viel Liter Bier geflossen ist hier, Alter?